Ich weiß es nicht, was wir jetzt hier nehmen. Ich weiß es tatsächlich nicht. Vielleicht, ähm... Ähm... Ich weiß nicht, ich darf's, glaub ich, nicht benutzen. Der Nachbar von den Ape Crime Verdi kennt, Herr Bolzen, der so genannt wird, der müsste eigentlich auch schon tot sein. Das, was die mit dem Let's Draw da machen. Ähm, vielleicht... Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Ähm, ach so. Gisela... Groß... Gra... Schi. Großgrabschi. Ähm, ja, jetzt müssen wir noch... Ach stimmt, wir müssen das Datum da hinterschreiben. 1833 bis... 18... Ne, komm, 1904 bis 1904. Gisela Großgrabschi, 1832 bis 1904. Schon was, das ist schon, also erster Weltkrieg überlebt. Naja, erster Weltkrieg, 1918, 1904 ist gestorben. Ja, passt leider nicht mehr hin. Warte mal, wir machen das jetzt hier. Ähm, 1900... Ähm, 1905, ne, komm, ein bisschen später. 1987 bis... 2015... Ähm... Ähm... Dieses Jahr gestorben. So, Albert und die Relativitätstheorie. Ähm, ging von... Ersten... Warte mal. Ersten, warte, 01.01.01.07.2015 bis zum zweiten... Also, ne, ein Tags... Keine Ahnung. 0...02.0... 0...07.2015. So. Hat leider nur einen Tag überlebt. So, und hier... Doktor mit den Rasen. Ist schon ein bisschen älter. Ist, äh, 1944 bis, ähm... Ja, hat sogar, hat sogar ganz gut gelebt. Also, es wäre jetzt Opa, aber hat ganz gut gelebt. Bis 2000... Äh, nicht null. Ähm... Bis 2011. So. Jetzt haben wir jetzt unsere Gräber hier. Und, ähm... Ja. Na, hier machen wir nur eins hin. Bin ich jetzt bei der zweiten Idee. Wir sollten das hier alles mal so ein bisschen ausleuchten. Hier machen wir eine Fackel hin. Hier machen wir eine Fackel hin. Dort, wo überall jemand liegt, da machen wir eine Fackel hin. Na. Sonst wird's ja gruselig. Sonst werden hier ja richtige Filme gedreht. Ja, das war's. So, und hier vielleicht noch eine, damit das so ein bisschen heller wird. So, an den Wegesrand können wir auch nochmal eine machen. Damit hätten wir diesen Friedhof fertig und die Sonne geht, die Sonne geht auf. Äh, der Mond geht auf. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Wieso fällt mir das jetzt ein? Kein Plan. So, wir gehen jetzt erstmal wieder nach Hause. Und dann können wir für die nächsten Pläne mal überlegen. Und, ähm... Ich glaube, ich werde die Folgen jetzt einfach hochladen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal auf jeden Fall wieder, wenn Musik da ist. Egal, ob mit oder ohne Werbung. Dann ist die Werbung da mit drin. Ich glaube, da werde ich mir jetzt noch eine Entscheidung treffen, wie das jetzt geht. Ich werde auch nochmal gucken. Ähm... Weil sonst ist die Werbung da einfach drin und dann... Ach, scheißegal, weißt du? Gute Nacht. So, wir haben aber auf jeden Fall noch 10 Minuten. 10 Minuten Zeit haben wir noch nach meiner Uhr. Und, ähm... Wir könnten jetzt nochmal... Hier gucken. Und zwar möchte ich hier irgendwo ein... Vielleicht hier hin, wo ich jetzt stehe, ein Haus hinhaben. Da müssen wir den ganzen Berg begradigen. Und zwar ein Haus hinhaben, wo ich, ähm... Ein Lagerhaus, ja? So ein Lagerhaus nebenan. Mit... Wo wir einfach mal lagern können. Albert? Albert! Du bist tot! Hey! Albert! Albert und die Relativitätstheorie. Zucker. Es hat sogar ein Ei gelegt. Schön. So. Ja. Albert, erwähnen wir ihn wert. Wir müssen jetzt essen. Das ist nicht schön. Albert, müssen wir jetzt schon mal essen. So. Bevor sich das jetzt aber hier noch in eine Gothic-Szene hier umwandelt, oder in eine Szene... Na, machen wir jetzt wieder hier unseren schönen... Garten-Nummer prächtig. Garten-Nummer prächtig. So. 47 haben wir davon bekommen. Sehr schön. Wir müssten mal Getreide anbauen. Wir müssen auf jeden Fall Getreide anbauen. So geht das nicht weiter, meine Damen und Herren. So geht das nicht weiter. So. Ah, Obsidian. Ich könnte natürlich auch... Ich weiß nicht. Können wir vielleicht... Ein andern Mal. Oder ein andern Mal. Oder wir graben uns jetzt einfach mal das Loch, wo das Obsidian-Portal da reinkommt. Das wird dann... Ich guck mal, was ich da hinkriege. So. Scheiße, jetzt weiß ich natürlich nicht, wo ich mich runtergraben soll. Ich würde mal sagen, einfach mal aus Prinzip hier. Wir werden vielleicht Probleme haben hier mit dem Haus. So ein bisschen, weil da so ein paar Hohlräume noch unten im Keller sind. Aber egal. Wir wollen hier ein Neter-Portal hinhaben. Shit. Fehler von mir. Der hier. War gemeint. Andererseits haben wir hier... Kohle. Und hier kreuen wir uns aber mal ein bisschen tiefer runter. Aber auch nicht zu tief. Wir haben nicht... Nämlich wir wollen ja noch... Oh, ich glaube, dahinter ist dann gleich das Wasser. Aber es wäre doch mal geil. Mal, ich guck mal, ob wir das hinkriegen. Eisen haben wir hier auch. Hebe ich sofort alles aus. Da ist ein Hohlraum. Der braucht uns aber auch nicht weiter interessieren. Wir interessieren uns nur für... für den Saal hier. Für den größeren Raum, wo das Neter-Portal stehen wird. Ich muss gucken, wie viel man braucht für Neter-Portal. Aber ich glaube, zehn Stück sollten reichen, glaube ich. Ich glaube es nur. Warte mal. Wir machen das jetzt einfach mal so. Spektakulär mit Erde. Dann haben wir auch unsere Abtrennung. Granit, lecker, 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 Granit. Granit ist sehr schön. So, wir graben uns natürlich auch hier tiefer. Und zwar habe ich eigentlich auch schon eine Idee. Wir haben ja da eigentlich das Wasser, ne? Wir haben da ja eigentlich das Wasser. Ja, wir müssten theoretisch... Interessant. Aber egal erstmal. So, wir müssten jetzt theoretisch... Oh, das war Kies. Entschuldigung. Entschuldige. Entschuldigt mich. Bitte. So, wir müssten uns eigentlich hinkommen, dass da Wasser rauskommt. Ja, so und etwa. Jetzt machen wir das so. So. Dann haben wir hier so einen schönen Wasserfall. Schön. Und dann können wir hier das Neta-Portal. So, drei. Dann machen wir so vier. Und dann reißen wir die Mauer hier nochmal ein. So, eins, zwei, drei, vier. Da geht das hier auch nach oben. Da habe ich einfach mal die ganze Erde oben weg. Und dann haben wir das eigentlich hier schon. Es ist zwar ein kleiner Raum, aber... Ja, in der Kürze liegt die Würze. So. Das könnte man natürlich noch verschönern, den Eingang. Aber das haben wir jetzt gar nicht vor. Ich muss jetzt eine Aufnahmepause machen wegen der Musik. So geht das nämlich nicht weiter. Ist ja todlangweilig. So, dann stelle ich mich wieder oben. Irgendwie beenden wir hier jede Folge auf dem Balkon. Jede Aufnahmesession, habe ich das Gefühl. Naja, gut. Okay. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Jetzt heißt Minecraft Let's Play. Ja, heute war wirklich so ein bisschen auch langweilig von mir aus. Ich glaube, ich werde heute nicht weiter aufnehmen. Geil, das war viel zu langweilig von mir. Also, ich habe heute keine Lust aufzunehmen. Das hat man vielleicht sogar gemerkt. Ich entschuldige mich dafür. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Jetzt heißt Minecraft Let's Play. Ciao. Mit Ciao.